Was ist das Pferd? Ich habe jetzt drei Schrauben im Bein und kann mit dem sehr gut umgehen. Wir werden sehen. Aber mich hat es einfach schon sehr positiv gestimmt, wie er den Probelauf gemacht hat, hinter einem Abbasabel herzulaufen und dann auch nicht abreißen zu lassen. Hat mich schon sehr noch einmal gefreut. Was denkst du ist hier möglich? Es sind natürlich schon sehr starke Franzosen am Ablauf. Es ist ein sehr, sehr starkes Rennen, speziell jetzt im zweiten Band. Der Terminal hat mich geschlagen am ersten Start, wie er nach Österreich gekommen ist mit Goodfellow. Und da war der Goodfellow auch in super Form, war dann Zweiter. Aber die Leistung war 15-0, wenn diese Zeit auch gestimmt hat. Dann war das schon eine Leistung, die ihn eigentlich heute zum Gewinnen befähigen müsste. Im Pensable wissen wir alle. Wenn er in Form ist, wenn er funktioniert und in Ordnung ist, dann ist er ebenbürtig mit Terminal oder sogar noch ein bisschen besser. Der Christoph ist noch 20 Meter weiter dahinter. Er ist auch in Top-Form, Fahrer und Hund fährt. Dann gibt es noch einen, den der Jonas fährt. Und er hat 20 Meter erlaubt, hat nochmal mehr Geld. Also das ist ganz, ganz bunt gemischt. Aber von vorneweg, wenn wir den ganzen Weg 17 fahren können, dann haben die mit Zulage es nicht ganz einfach, uns in die Schranken zu weisen. Ich weiß nicht, ob Hidalgo Trim das schon kann. Aber noch einmal, er ist schon ganz anständig drauf und er hat mich im Probelauf überzeugt und ich halte auch einiges von dem Pferd. He said one day we'll leave this world behind, so live a life you will remember And we'll have a life you will remember My father told me when I was just a child These are the nights to never drown And we'll have a life you will remember Vielen Dank.